Du machst ne Kreuzfahrt auf dem Dampfer und packst dein Reisegepäck in der Kabine in den Wandschrank und dann spazierst du am Deck. Im Wasser schwimmen deine Sachen und dir wird endgültig klar, dass der verbeidliche Wandschrank wohl doch ein Bullauge war. W-w-w-w-w-w-w wieder alles im Eimer, wieder alles im A-A-A-A. Aber dabei sein ist alles, schon das Dabeisein macht Spaß. Wenn sie auf und zu mal Pech haben Und die Courage verlieren Dann müssen sie nicht gleich rot werden Und sich nicht gleich so genieren Denn schließlich gibt es im Fernsehen So eine Lollotterie Konto 100.000 Das ist die Rettung für sie Ja, 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 ja Ja, da gibt es im Fernsehen Eine Lollotterie Riesengroße Gewinne Die sind da drinnen für sie W-w-w-w-w-w-w-w Wieder alles in Ordnung Wieder alles im A Aber das sagte ich ja schon, nicht? Trotzdem, für alle Fälle Konto 100.000 Die sind da drinnen für sie Die sind da drinnen für sie Christ Pens. Ooh-w-w-w Boodie Und dann sind die drinnen für ihop. Wir brauchen das und die drinnen für sie